Seit der Einführung der Vorlagen in Camtasia gibt es einen neuen Menüpunkt. Direkt unter dem Punkt Neues Projekt gibt es Neues Projekt aus Vorlage. Wenn ich das aufrufe, startet der sogenannte Vorlagenmanager. In diesem Vorlagenmanager finde ich alle Vorlagen, die ich heruntergeladen habe oder selbst erstellt habe. Ich kann noch weitere Vorlagen herunterladen. Dann lande ich auf der TechSmith Assets Seite, auf der kostenlose und kostenpflichtige Sachen zum Download sind. Wenn ich etwas finde, kann ich hier einfach draufklicken. Dann sehe ich eine kleine Vorschau, gehe auf Open in Camtasia und wenn ich dann auf meine Camtasia Vorlagenmanager zurückgehe, ist die Vorlage direkt hier installiert und wenn ich sie markiere und sage Neues aus Vorlage, dann erhalte ich ein Projekt auf Basis dieser neuen Vorlage. Untertitelung des ZDF für funk, 2017